Grüß euch, ich bin der Schwab Marker von Remax Nature Lietzen und ich melde mich heute aus Lengdorf, da stehe ich gerade im liebevoll angerichteten Garten von Einfamilienhaus. Wie man sieht, ist Herbst, jetzt ist alles nicht mehr so bunt, aber dankenswerterweise werden uns die Eigentümer ein paar Fotos zur Verfügung stellen, die können Sie dann online sehen und jetzt zeige ich Ihnen das Haus innen, weil wir haben fast 240 Quadratmeter Wohnfläche, da kann man schon einiges sehen. So, bitte hereinspaziert, jetzt machen wir eine kurze Führung durch das Erdgeschoss, damit Sie da ein paar Eindrücke gewinnen können. Vielleicht schauen Sie gleich mal auf dem Türstock, erbaut Mitte des 18. Jahrhunderts, natürlich immer wieder renoviert und hergerichtet. Das riecht man zum Beispiel auch, es ist ganz viel Zirrmholz da herinnen, das ist ganz ein eigener, angenehmer Geruch. Nach diesen Eindrücken im Erdgeschoss zeigen wir Ihnen jetzt das Obergeschoss mit seinem stillvollen Schlafzimmer, mit der Sauna im Badezimmer und am Schluss dieser Sequenz führen wir Sie noch ganz kurz in die Einlegerwohnung im zweiten Stock. Das war jetzt eine kurze Führung durch dieses bemerkenswert gemütliche Haus in Lengdorf. Wenn Sie weitere Informationen brauchen oder das Haus gerne besichtigen möchten, stellen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie im Anschluss an dieses Video. Viert Deiner und bis bald! Viert Deiner und bis bald! Die Expertin von RE-MAX nimmt die Sache in die Hand, bringt alles auf Vordermann, prüft die Akten, checkt die Fakten, optimiert den Preis, weckt das Interesse, findet die besten Käufer, bekommt das Jahr und ein Bussi. RE-MAX – Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause! Hallo, grüß Gott! Mein Name ist Fabio Beralli vom RE-MAX-Büro in Schlattning. Ich befinde mich heute in der Marktgemeinde Haus im Enstal, direkt im Ortszentrum. Hier wird eine sehr gut aufgeteilte, sehr schöne, knapp 71 Quadratmeter Wohnung mit großer Terrasse zum Verkauf angeboten. Hier ein paar Bilder dazu. Diese Wohnung befindet sich in einer sehr schönen Apartmentanlage, die von der hauseigenen Betreibergesellschaft Apart4U der touristischen Vermittung zugeführt wird. Wenn Sie hierzu Fragen haben oder Besichtigungen wünschen, melden Sie sich gerne bei uns, wir sind jederzeit erreichbar. Bis zum nächsten Mal, euer Fabio von RE-MAX. Bis zum nächsten Mal, euer Fabio von RE-MAX. Bis zum nächsten Mal, euer Fabio. Bis zum nächsten Mal, euer Fabio von RE-MAX.